aber aber haben wir zwei stück ich da ein abgeben hast aber so ich habe keine Beschwerden mehr das ist gut aber gut ist auch abends jagen brauche ich auch nicht mehr eigentlich weil ich habe Leute die jagen gehen also drei ich könnte eigentlich und zwar im lager ich habe schon ein scheiß essens lager kaufen brennholz 4 hier auch noch einmal die schule kommt dann nicht so weit mit brennholz 1 mittlerweile das ist es lange eigentlich dass ich von ihm hier sind aber naja ich sollte da in der drust haben das geht ja gar nicht ich muss auf jeden Fall viel mehr holz herstellen brennholz nicht ja ist doch gut brennholz 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 wir haben feuer und arbeiten nicht die schöner werke klaus nicht brennholz 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 200 pilze was soll ich damit machen da waren auch so viele so tomo sei der hammer und aufgerüstet sind erst zwei stück immer ein bisschen verbessern das ist wichtig damit die Wendlänge halten das ist wichtig jetzt werden wir nur drei vier stück kaputt sonst werden wir schon zehn zwölf kaputt einmal wenn ich das nicht machen würde deswegen nicht wundern dass ich alles versuche aus Leben zu machen oder aus Tod zu machen es ist wirklich einfacher das in den Schuss zu halten das war's mehr haben wir nicht muss schlafen gehen haben wir so viel repariert unbebaut und neu gemacht erfolgreicher Tag wieder also erfolgen kann die sind alles da ist jetzt laut grünzeug hier alles auf der falschen Seite schlafen 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 wo schneit das finde ich das ist richtig kalt nur mehr waschen draußen schlafen 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 ja ich kann nichts mehr machen ich kann jetzt nichts ja ich kann doch guck mal ob ich auch wie die Technik ausweist lösen kann Fertigkeiten oder was ich auch machen kann aber wie wir sehen sehen wir nichts Verwalt ja ja schwanger Werte ist schwanger na gut Hein oder Hab überhaupt 1 2 3 4 20 21 22 24 25 25 25 25 25 unsere Hüte? Koppersetzt. Ich weiß nicht, dass ich die Hand habe. Tromm. So, ich würde zu gern hier meinen Namen hinschreiben, von der Stadt hier. Nein, ich würde meine Stadt den Namen geben. Verwalten. Genau. Zelda. viele fälle plantagen habe ich auch ein paar ich habe ein dorf auf den stadt namen wie man sich jetzt da kann ich auch nichts machen habe ich alle schon irgendwie gefühlt auch da auch da fehlt noch was gut ich brauche es eigentlich nicht mehr so sehen aber ich muss jetzt doch ich habe alles hier kann ich nichts machen leider weil ich nicht drin will noch nicht reicht doch nicht ich weiß nicht wie ich das das hinkriegen soll ich werde zu gern meinen dorfen stadt in der stadt geben ich will zu gern meinen der stadt ein dorf namen also ein dings hier haben geben es ist richtig ich dass das am nächsten abgelaufen ist 75 prozent 50 prozent bis die beraten na und das ist das heißt ich müsste jetzt müsst ihr was braten oder trocknen aber ich brauche ich brauche eher es lauf kurz zurück und mach mal küche geht vielleicht kann wieder kiesküche zusammen braten was heißt denn Zwiebeln. So, dann kochen wir mal. So, dann gehen wir zum Lager. Vielleicht gucken gerade, was man so verbrauchen könnte. Stöcke dabei, machen wir Stöcke dabei. So, hier mal Fleisch. Da wird schon wieder auch was. Alles in Küche bringen wir vielleicht mal. Ja. Ja. Ich könnte alles mal verarbeiten. Ja. 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 Dann das da. Das. Das. Und für mich. Das. Die Möhren. Zwiebel. Die andere Ablaufungsfwiebel. Ja und hof 30. Wo ist mehr von? da braucht ihr mal was schickes das kommt in schweine 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 sowas ist aber schwer 22 stück gewesen schweine 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 Ich bin jetzt ganz spitzig, jetzt holen sich hier drei Sachen offen. Aufstehen. Aufstehen. Äh. Das hat eine lange gedauert. Ich habe eben schon mal. Oh. Ist wieder eins. Ich kann mich mal kurz sehen, wie mein Charakter aussieht. So, wir haben alle. So. Der Holzschuppen ist nervig ein bisschen. Aber ich weiß, wer die Fischhautos ist, aus Dayton, der Holzschuppen ist. Vielleicht anderen Holzschuppen bauen, größere. Den Weg machen. Ein größerer, glaub ich, ne? Oh. Keine Stöcke mehr. Dafür mehr davon. Und auch weniger Bretter. So. So. Mal hinten auch machen, weil Bretter brauche ich nämlich. Äh. Brennholz brauche ich. Weil sonst frieren meine Leute hier. Und das geht nicht. So. Hier will ich auch noch mal anbauen. Falls der das gleiche Problem hat, irgendwie. Der macht doch keine Bretter. So. 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 So, gleich wieder da. Jetzt hat's ein Lauf für das Spiel. Ich muss mal ein großes Haus dran schaffen. Montag bis gleich, gleich wieder da. So, 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 gleich wieder da. Untertitelung des ZDF, 2020